Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Pokémon Showdown Parts. Heute werden wir in Generation 3 Squirrgler probieren. Habt ihr schon mal in Gen 3 OU Squirrgler probiert? Ich nicht. Deshalb werden wir da mal das Pokémon probieren. Natürlich mit den Big Five und dazu noch Squirrgler. Wir haben hier ein Lead Rackentanz Despotor. Ein speziell defensives Skarmory mit den Spikes natürlich. Gedankengut Blissyberg, was auch sehr interessant ist. Dann physisch defensives Sumpex mit Erdbeben, Einstrahl, Hydro-Pompe, Schutzschild. Und zu guter Letzt hätten wir noch ein Feuerschlag, Donnerschlag, Explosion und Ehrlicht Gengar. Und zu guter Letzt hätten wir noch wie gesagt Squirrgler mit den harten Wesen Full Attack, Full Speed, Eskan Erdbeben, Kraftreserve Flug, Rockslide, Zum Beispiel für Zapdos, Lavalos, Arctos, Klurak und zu guter Letzt noch Schwertanz. Das Pokémon ist eigentlich sehr schnell. Es hat keine Stachler-Schwäche, was sehr gut ist. Also eine Stachel-Immunity, eine Sandsturm-Immunity. Deshalb ist das Pokémon auch sehr gut. Man kann es immer einmal in Despotor reinwechseln, solange es keine Mixed Variante ist. Es hängt eine Attacke von Joyce beim Despotor, Joyce beim Brutalander und mit Rockslide können wir guten Schaden machen. Und unser erster Gegner Liede mit einem Meditalis. Da gehen wir gleich in Gänge rein und er geht auf Focus Punch. Okay. So. Weil der erste Meditalis-Spiel wird der ein Verfolgungs-Pokémon haben. Deshalb gehen wir mal in Klaiga. Wenn er drin bleibt, wäre das auch okay. Okay. Hier können wir mal auf HP Fly hingegen. Sind wir schneller? Das ist die Frage. Wir haben halt ein hartes Besen, obwohl ein frohes Besen, ein Speed-Nature. Vielleicht besser wäre aber, das Ding soll Schaden machen mit Schwertanz. Deshalb wird das schon passen. Gut. Hier können wir Scammery reinwechseln und der Gegner will auch spiken. Und jetzt Magneton. Hier gehen wir mal auf Schutzschild, um zu scouten. So. Eine Attacke können wir von den Pokémon tanken. Leider nicht. So. Schwertanzgleiche kann nicht gegen Panzerung gewinnen. Leider. Wir gehen hier einfach mal in Blissey und drücken Call Mind. Oder Eisby. Vielleicht freezen wir den Gegner, wenn er rauswechseln würde. Er geht in Meditalis. Dachte ich mir schon. Wie viel Schaden machen wir? Sehr guten Schaden. Und dieses Mal bleiben wir drinnen. Perfekt. Der Gegner predikte, dass wir den Gang rauswechseln. Und somit können wir Meditalis besiegen. Gut. Scammery kommt rein. Hier können wir einfach mal free Donnerblitz drücken. Er kann spiken, wenn er will. Hier gehen wir auf Schutzschild. Ah, auf Gedankengut. Denn er wird auf Schutzschild gehen. Jetzt sind wir auf plus eins. Und Donnerblitz reicht aus. Und der Gegner würde auf Wirbelwing gehen. Okay. Snorlax. Gehen wir in Gangner. Das wäre vielleicht ein bisschen gefährlich. Aber der darf sich nicht erlauben zu overpredikten. Hier gehen wir mal auf Will-O-Wisp. Focus Punch. Der Gegner hat schon wieder overprediktet. Sehr schön. Hier können wir mal auf Feuerschlag gehen. Dann ist der Fickfett. Spukball überleben wir. Sehr schön. Wir gehen in Klaiger raus. Aber der Gegner gibt auf. Okay. Dann werden wir einen neuen Gegner suchen. Denn das wäre jetzt die optimale Chance gewesen. Schwerzins zu drücken. So. Aber ich überlege noch. Wäre Selec Burry of Klaiger vielleicht besser. Da das Ding nicht so schnell ist. Fortress. Da gehen wir mal in Gangner raus. Er kann eine Lage Spikes legen. Oder gehen wir in Skarm und legen auch Spikes. Nein. Wir gehen in Gangner. Er geht gleich in Zumpix raus. Okay. Will-O-Wisp ist hier gut. So. Das ist ein Verfolgungs- Tyranity. Wir bleiben mal drinnen. Crunch. So. Explodieren wir. Das ist die Frage. Wäre das besser? Wäre das ein guter Tausch? So. Unser Team ist jetzt nicht wirklich schnell. Wir gehen einfach mal in Klaiger und drücken. Er beben. Um dieses Despot zu besiegen. Pursuita wird ihm nicht mehr so viel bringen. Gut. Er geht in Fortress. Hier werden wir einfach mal Schwertanz drücken. Und mit zwei Erdbeben versuchen das Pokémon zu besiegen. Das machen wir 54%. Der Gegner könnte explodieren. Oder legt noch eine zweite Lagerstachel raus. Und Select Burry of Skorgler wäre vielleicht wirklich besser. Wir probieren jetzt mal die Überreste-Variante. Hier werden wir definitiv rauswechseln in Skarmury und Spiken hier einfach mal. Ja. Der wird nicht drinnen bleiben. Wir gehen in Fortress. Wir gehen auf Erdbeben. Er geht in Sunpex. 31% machen. Wie also gut zu wissen. Wir gehen in Skarm raus. Er auf Eisbeam. Wir gehen auf Spikes. Wird er hier drinnen bleiben? Nein. Oder? Wir gehen auf Toxin. Ah. Fortress. Ja. Das war vielleicht meine Schuld. Jetzt kann er in eine zweite Lagerstachel legen. Wisst ihr was? Wir gehen mal in Plissi und drücken Callmine. Oder wir drücken jetzt schon Donnerblitz. Denn einmal gehen wir auf Callmine. Die Attacke hat er noch nicht gesehen. Vielleicht bleibt er drinnen. Spiele auf Fortress Explosion. Das ist die Frage. Spikes. Rapid Spin. Dann noch eine HP. Erdbeben vielleicht noch. Oder Explosion. Oder Toxin. Schutzschild. Könnte man auf den Pokémon noch spielen. Aber wenn er in HP spielt. HP Bug auf jeden Fall. Zum Beispiel für Celebi. Für Despotar. Dass er eine Step-Attacke hat. Da geht in Zapdos raus. Da können wir es auf Plus 1 Eisbeam. In die Attacke wird es Schaden machen. Wir sind schnell, weil er auf Brüller geht. Okay. Skorgler. Hier gehen wir auf Rockslide. Hier gehen wir in Fortress. Wir gehen auf Erdbeben. Skorgler könnte sogar gefährlich sein. So, Erdbeben. Geht auf Explosion. Skorgler hat in diesem Kampf sogar etwas gemacht. Jetzt gehen wir in Skarm. Ja. Denn in das Pokémon kommt kein Spike-Schaden. Zapdos kommt rein. Hier gehen wir einfach mal auf Schutzschild. Donnerblitz. Zum Pex. Schutzschild. Um zu scouten. OBR HP Grass hat. Rest. Sleep Talk. Wir gehen einfach mal auf Eisbeam. Wenn er rauswechselt, können wir ihn freezen. Sonst machen wir Chip. Sleep Talk. Drachentanz. Einmal Drachentanz können wir hier drücken. Oder... Ja, einmal Drachentanz werden wir hier drücken. Jetzt können wir Rockslide auf Plus Eins drücken. Dieses Zapdos müsste speziell defensiv sein. Er geht in Sumpix raus. So, wir gehen nochmal auf Rockslide. Für den Flinch natürlich. Den wir kommen. So, Rockslide 50. Wir müssen noch einen Rockslide Flinch bekommen, wenn wir gewinnen wollen. Server tankt mir nicht. Leider schade. Jetzt gehen wir ins Sumpix. Drücken einfach mal Hydro-Pumpe. Denn so würden wir auch Zapdos treffen. Rp würde vielleicht reichen. Das könnte schon sein. Aber... Hydro-Pumpe trifft natürlich das Zapdos. Und das wollen wir haben. Denn ich kann mir vorstellen, dass jetzt ein Zapdos geht. Zapdos kann gegen unser Pokémon nicht so viel tun. Höchstens Brüller drücken. Und wenn er wieder aufwacht, können wir Eisbeam drücken. Und natürlich... In-Freezen oder Gritten sogar. Der Gegner hat den Kampf verlassen. Okay. Der Gegner hat sogar Bisa-Floor noch. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass Blissey das wichtigste Pokémon von uns sein kann. So, jetzt spiken wir einfach mal für das letzte Pokémon. Vinosaur. Zapdos, okay. Da kann ich ins Sumpix, wie gesagt, rausgehen. Brüller von ihm wäre eine Möglichkeit. Er schläft immer noch. Okay, wir gehen auf Eisbeam. In Gen 3 ist Erholung ein bisschen anders. Ab Gen 4 ist es ja so, dass man eigentlich immer zwei Runden schläft. Aber in Gen 3 schläft man bei Erholung viel länger als gewollt. Gut, hier können wir auf Schutschel gehen. Obwohl, schläft der noch eine Runde? Nein. Ich denke, der wird hoffentlich noch eine Runde schlafen. Sonst wäre das auf jeden Fall ein guter Chip. Durch die Überreste regenerieren wir HP. So, wir machen guten Schaden. Und er wacht auf. Drückt Brüller. Bitte Blissey. Sehr schön. Hier können wir jetzt mal ein Eisbeam drücken. Oder wir... Wir drücken es weicher. Ich denke, weicher ist es hier besser, denn wenn er hier... Auf Brüller geht, ist weicher optimal. So, Vino, Swag Gigatrain. Wir können deshalb sicher sein, dass dieses Pokémon nicht physisch ist. Wir gehen aber mal in Skarmary, um zu scouten. Sleep Powder. So, das ist perfekt. Jetzt können wir ein Blissey gehen. Und was will Vino gegen mich tun? Legion, okay. Hier ist Eisbeam immer der Way to go, denke ich mal. So, Donnerblitz. Okay, Eisbeam macht guten Schaden. 36 Prozent. Der Freeze, der war wichtig. Wir gehen in Sumpex. Er geht auch in den Sumpex. Hoffentlich gewinnen wir das Speed Tie. Und mit Erdbeben könnten wir ihn besiegen. Wir gewinnen das Speed Tie, killen ihn, aber nicht sehr verkillt mich nicht. Wir gehen auf Eisbeam. Dinosaur. So, Skarmary muss schlafen. So, Blissey. Hier können wir einfach mal auf Weichheit gehen. Natürlich, der bekommt jetzt sehr viel HP. Aber wenn das letzte Pokémon nicht so schlimm ist, können wir mit Call Mind, Gedanken mit Blissey, diesen Kampf gewinnen. Ah, Aerodactyl hat er noch. Okay, das ist ein... Aber dieses Mal werden wir Selectberry Glyga probieren. So kann er es zumindest sweepen. Und es hat Speeded Off, Plus 1, Aerodactyl, Blitzer, was sehr gut ist. Gut, der nächste Gegner hat Lidl mit Despotar. Okay, gut. Wir gehen in Skarm. Sehen gleich bei der ersten Attacke, was für ein Set das ist. Es ist Mixed, das ist gut zu wissen. Wir gehen in... Thumpax. Fireblast. Crit natürlich. Wir gehen auf Schutzschild. Er geht in Skarm. Wir gehen in Gengar. Er geht auf Toxin. Wir gehen auf Donnerblitz. So, das Tita wird keine Verfolgungsvariante sein. Von dem gehe ich mal aus. Wir gehen auf Willowisp. Jolteon. Ah, leider trifft die Attacke nicht. Das ist nicht gut. Wir gehen in Blissey. Battenpass wäre eine Möglichkeit. Oder Donnerwelle. So, wir gehen auf Ice Beam. Predicten im möglichen Sticktree. Skarm. Okay. Freasonous leider nicht. Wir gehen in Gengar wieder raus. Gehen dieses Mal auf. Willowisp Breeder. So, Feuerschlag dieses Mal. Sehr gut. Geht auf Brüller. Nein, er holt nochmal ein paar Spikes raus. Donnerblitz dieses Mal. Sehr schön. Drei Lagen Spikes. Das war ihm also das Wirt. Okay, dass er Panzer Aaron verliert. Stami. Okay. Okay. Stami könnte ein Problem sein. Wir explodieren. Psychic überleben wir, da wir defensiv sind. Und Explosion reicht auch sehr schön. Jetzt können wir in Skarmary gehen. Ich hoffe mal, dass dieses Blitzer HP Grass hat. So, Schutzschild. Jetzt gehen wir in Blissey raus. Und Softboilen ab. Softboilen einfach mal. Tita ist kein Problem, wie gesagt. Der wird wahrscheinlich nicht mal Ice Beam im Set haben. So, wir gehen in Skarm. Gehen auf Toxin dieses Mal. Der ist der Lumberry. So, Fireblast. Bitte sind nicht Lumberry, sehr Übelreste. Schade. So, Schutzschild. Prick, Brick, Fireblast, Rockslide. Wir gehen nochmal auf Schutzschild. Double Protect, sehr schön. Dann wird er nicht HP Grass im Set haben. Fireblast, natürlich. Dann müssen wir auf die Hydro-Pumpe gehen. So, T-Wave, Batten Pass. Okay, Gengar kommt rein. Und die Hydro-Pumpe macht guten Schaden. So, Gengar. Ah, Skarmary. Giga Drain. Ich dachte ich mir schon. So, T-Bowl killt mich. So, Blissey. Ice Beam. Explosion. Okay. Zone-Pex ist angechippt. So. Hydro-Pumpe. Bitte ab HP Grass. Bitte ab HP Grass. Okay. Hat er keine HP. Flyger und Hydro-Pumpe macht. Sehr guten Chip. So, Gleiger. Schwer-Tanz. Haben wir jetzt einen Score-Glassieb. Das wäre cool. Okay, wir haben den HP Flying besiegt. Und Fireblast hat es sehr guten Schaden gemacht, dass Salick Berry triggert. Sehr schön. Erbeben. Ging. Schulte. Okay. Das war's wert. Bitte reich aus. Step plus zwei. Das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich sehr. Okay. Ja, Leute. Ich hoffe, euch hat der Park gefallen. Wir haben es geschafft, dass Gorgler einmal einen Sweep macht. Mehr wollte ich nicht. Mehr wollte ich wirklich nicht. Aber die Frage, wie kann man das am besten spielen? Es hat leider keine Recovery. Man müsste es so ähnlich wie Scamery spielen. Also mit Schutzschild. Toxin vielleicht noch auf jeden Fall. Erdbeben. Und dann HP oder so. Auf jeden Fall, Leute. Danke fürs Zusehen. Score-Glassieb. Das war's wert. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020